Oh, hä? Ja, so ist gut. Nur ein bisschen in die Richtung. Ne, in die Richtung. Ah ja, hier. Genau. Da ist es. Es ist irgendwie auf so einem Berg, auf einem Hügel. Ja, die Kehle fühlt sich ein bisschen trocken an. Der Arme. So, schön, dass es hier Treppen gibt. Müssen nicht springen. Wo bist du, Zongi? Oben? Schon müssen wir nicht looten. Noch eins noch da oben? Wo bist du, Zongi? Hier sind auch keine Kisten. Gar keine. Was ist denn hier los? Da müssen noch welche sein. Oh, Mann. Hm. Normalerweise sind da doch Kisten, oder nicht? Team, Team, Team. Wir fragen aber viele noch Team. Hallo. Jemand da? Sehe ich hier irgendwie Kisten? Ne. Geht doch nicht. Ich glaube, der Zombie ist draußen irgendwie... ...oben auf dem... ...auf dem Dach... ...gespawnt. Team Blaze. Ja. Gut, ich gehe jetzt zum Mount Langton. Das ist 3130 und minus 10. Ich denke mal... ...zimmlich genau so. Ein bisschen in die Richtung. Ja. Also bis jetzt bin ich sehr enttäuscht von dem Blut. Äh, minus 10. Ja. Genau. Wah, Zombies. 3130 und minus 10. Dauer nicht so. Okay, gut. Noa, Zombies hat ab. Da. Perfekt. Oh. Was kommt denn da? Oh, da bin ich mal gespannt. Ah, ne. Das kenne ich. Da war ich schon mal. Da war ich schon mal. Hier geht's doch hoch, oder? Ja. Da ist irgendein Spieler. Oh. Up, down, down, left, right. Left, right. A zombie death. Okay. Okay. Der arme. Ja, ich sollte bald, ähm, Wasser finden. Aber ich weiß, dass da Wasser gibt. So. Schauen wir mal. Ah, zwei Haltrenkel. Wunderbar. Ich nehm gleich mal einen. Hm. Dann hier weiter rein. So, weiß. Ihr habt das doch auch gehört. Irgendwo hier in der Nähe hat er den Zombie erledigt. Wow. Ja. Komm her. Komm her. Komm her, Zombie. Oh, der sieht gar nicht so schön gut ausgerüstet aus. Oh. Okay. Okay. Trebier. So. Weg damit. Ich setze mich gleich mal in die Hand. Wow. Da hatte ich aber ein Glück. So. Kettenstiefel. Wunderbar. Und noch. Das kann ich wegschmeißen. Das brauche ich nicht mehr. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich alles. So. Jetzt gehe ich erst mal hier rein. Da müsste auch noch eine Truhe sein. Irgendwo in der Nähe hier. Ich gehe da hoch. Da. Jetzt schaue ich erst mal, was habe ich hier. Ja gut. So viele Bögen brauche ich nicht. Wunderbar. Und das. Und das. Ach, Quatsch. So, aussortieren. Also, es ist jetzt Zeit zum Aussortieren. Also, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht mehr diesen Bogen hier. Ich brauche nicht mehr dieses Schwert hier. Ich brauche nicht mehr dieses Schwert. Das kann ich reparieren. Ähm. Die Bombe behalte ich. Das brauche ich auch nicht mehr. Achso. Wasser. Gut. Da war ein Zombie. Ja gut. Die kann ich erst behalten. Ja. Behalte ich auch erstmal. Wasserflasche nicht schlecht. Die zwei kommen da rein. Das kommt auch noch da hin. Gut. Ach der. Ein Bogen noch. Schlagstärke. Stärke. Schlagstärke. Schlagstärke. Dann machen wir das doch so. Ungefähr. Okay. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du gestorben bist. Na, aber das Essen hat er halt nicht. Dabei. Aber er hat die. Ein Button sogar noch. Oh. Jetzt ist er gerade recht. Nein. Kein Safe Lockout. Jetzt habe ich leider mit Rechtsklick der gemacht. Ähm. Komm her. So. Da ist die Kiste. Freue ich nicht. Gleich da lassen. Freue ich nicht. Aber die Pfeile nehme ich mit. So. Habe ich jetzt die doch wieder eingesammelt. Natürlich. Da unten ist Wasser. Da wird aufgefüllt. Dann brauche ich eigentlich noch ein bisschen was essen. Als mäßiges. Trinken. So. Ich glaube da in der. In diesem Hütchen. Hier gibt es glaube ich nichts. In dieser Hütte. Was ein Glück. So Glück hatte ich ja schon lang nicht mehr. Jetzt bin ich doch einigermaßen gut ausgerüstet. Jetzt kann ich da noch hoch. Und da und da noch hoch. Und so. Da gibt es. Einiges an Loot noch. Ähm. Und dann. War es das auch schon mit hier? Ach. Komm. Diese. Diese. Ender. Ja. Granaten. Genau. Diese Ender. Perls. Glaube ich. Ich glaube das Handy ist ein Ender Auge. Oh. Nochmal ein. Gut. Dann brauche ich das. Diese ganzen nicht verzauberten auch nicht mehr. Okay. Super. So oft benutze ich den Bogen eh nicht. Also. Wenn die Zombies so schnell an mir dran sind. Dass das jetzt gar nichts bringt. Oder ich merke es gar nicht. So wie jetzt gerade eben. So. Komm her. Wo bist du? Wunderbar. Komm her. Wo bist du? Da ist ein Crafting Table. Wunderbar. Dann kann ich mir da Cookies machen. Ich habe ja gerade eine Kakaobohne gefunden. Das brauche ich nicht mehr. Crafting Table. Cookies. Das brauche ich nicht mehr. Aber ich könnte eigentlich noch das Rotten Flash essen. Bevor ich das esse. Oh. Okay. Jetzt schaue ich da jetzt noch ein paar mehr ab. Dass es sich dann auch lohnt. Wegen der Vergiftung. So. Jetzt klette ich mal hier hoch. Wenn ich jetzt runterfalle, dann bin ich halt tot. Oh. Gut. Geschafft. War ich hier gerade eben? Ich war doch gerade eben hier oben, oder? Hm. Ich check schon gar nicht mehr. Gut. Als Zombie. Ach. Geh weg. Geh weg. So. Jetzt. Das könnte ich öfter machen. Einmal schlagen und dann... Ähm. Mit einem Bogen. Abschießen. Jetzt schauen wir noch einmal hier rein. Äh. Hoch. Nicht rein. Ah. Nochmal sowas. Puh. Ja, den normalen Bogen. Jetzt. Diese ganzen, die brauche ich eh nicht mehr. Na, jetzt habe ich wieder was eingesammelt. Super. Okay. Ich glaube, jetzt esse ich erstmal die. Zwei. So. Und warte, bis die Vergiftung weg ist. Oder ja, wobei ich kann die schon mal essen. So. Und danach gehe ich zu Afaya. Oder ich gehe gleich richtig in Norden. Ich habe ja sogar noch einen Button. Das ist auch nicht so schlecht. So. Könnte auch richtig hart in Norden gehen gleich. Hm. Machen wir doch das. Ich habe nicht so viel zu essen. Egal. So. Gut. Wah. Hm. Ich glaube, ich gehe in Norden. Über Afaya. Nach Gravy Vale. Und dann richtig in Norden. Afaya ist 2700. Und dann richtig. Schauen wir mal. Ach. Da ist ein Spieler. Der bringt mich jetzt gleich um. Oder der Zombie bringt mich um. Oder der andere Zombie bringt mich um. Okay. Warum habe ich nicht meine Bombe hier. Oh. Noch ein halbes Herz. Wunderbar. Das ist immer wieder eine gute Voraussetzung. Einmal nicht aufgepasst. Und schon habe ich hier einen Arsch voll Zombies am Arsch. Und auch einen Spieler am Arsch. Und ich bin gestorben. Super. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt aufzuhören für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe euch heute Spaß gemacht beim Zuschauen. Bis dann. Ciao.